Ja, hallo, ich bin Matthias, ich bin der Gründer von Gentleman's Blend und wir machen Spezialitätenkaffee. Wir sind auf Wochenmärkten unterwegs mit unserem BuddyStar und verkaufen Kaffeepäckchen. Seit wir den BuddyStar haben, sind wir flexibler geworden, wir sind wetterfest geworden und vor allem haben wir natürlich ein wunderschönes Design. Wir haben runde Formen, nichts kantiges und das Ganze trägt natürlich zu dem Erscheinungsbild bei, dass wir emotionaler wirken und auch ein bisschen offener und freundlicher gegenüber den Kunden, die uns vielleicht auch noch nicht kennen. Der Buddy kommt sehr gut an. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen für Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit war sehr partnerschaftlich, sehr auf einer Ebene. Wir haben uns sehr gut beraten, auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Von dem her könnte es von unserer Seite aus nicht besser sein und es war auf einer Wellenlänge. Natürlich kann ich BuddyStar weiterempfehlen. Wir konnten dadurch unser Wachstum vergrößern. Wir sind immer wieder dabei, neue Sachen zu entwickeln, immer weiter zu denken und da bietet BuddyStar ein super, super schönes Fundament und können es deswegen nur jedem empfehlen.